Herzlich Willkommen bei Hörgut zu und der heutigen Geschichte von Dan Cardosa mit dem Titel Die zerbrochene Marmorkirschschale Und nun viel Spaß beim Zuhören. Grand Nono starb, während er seinen Lebensunterhalt verdiente wie Papa. Er wurde mit hochgekrempelten Ärmeln seiner blauen Jeans geboren. Er und Grand Nono sind nur wenige Kilometer südlich der aquanischen Berge auf der italienischen Seite der Alpen begraben. Sie verrotten auf einem kleinen Dorffriedhof in der Nähe der Stadt Caravaggio. Caravaggio liegt in der Provinz Bergamo in der Lorbandai, 40 Kilometer nordöstlich der Gemeinde Mailand. Carrara liegt in Mittelitalien. Carrara gehört zu den Provinzen Massa und Carrara. Die Region ist berühmt für den dort abgebauten weißen und blaugrauen Marmor. Das leuchtende, fast durchscheinende Blau und Grau existiert wie Arterien und Venen, eingefroren in Erinnerung an die Zeit. Der Fluss Carione strömt im Winter durch die Schluchten der Region. Stuchzfluten im Frühjahr sind dafür bekannt, dass die Bewohner bis ins Liguarische Meer gespült werden. Auf den ersten Blick sind die aquanischen Alpen in der Region Carrara im Nordwesten der Toskana reinweiß. Man kann sich vorstellen, wie in den hohen Burgfelsen Schnee entsteht. Frühe Bahnreisende durch die Berge der Region wurden vor der Gefahr der Erblindung durch Marmorstaub und der Blendung durch all die Weiße gewarnt. Der Talg des Pulvers soll von niemand anderem als dem Wind kontrolliert werden. Einem steifen Wind, der nichts mit der Menschheit zu tun haben will. In den meisten Reiseführern wird ihnen auch heute noch erzählt, dass die Region Carrara für drei Dinge berühmt ist. Marmor, Anarchie und Schweinefett. Dieses ungewöhnliche Trio ist so eng miteinander verflochten, wie die Mineraladern, die die marmornen Berge durchziehen. Seit der Römerzeit haben die aquanischen Alpen in Carrara Marmor für einige der wertvollsten Skulpturen der Welt geliefert. Carrara ist der Marmor von Michelangelo Pieter, Jean-Antonio Hoods George Washington und Neu-Delis riesigen Ax-Hardam-Tempel. Der Stein ist mit Leuchtkraft gesegnet. Seine Netzwerke aus blauen Arterien und Venen reichen im psychologischen Rohrschacht-Test der Natur von gräulich bis violett. In monolithischen Form kann er den Himmel tragen wie der Halfdom im kalifornischen Josmet. In dünne Platten wurde er bis zur Lichtdurchlässigkeit selbst heruntergeschliffen. Ein passender Deckel auf einem schillernden Sarg. Mein Name ist David. Ich bin etwas weicher als Marmor, aber viel kälter. Es hat eine Weile gedauert, bis ich hierher gekommen bin. Aber das passiert, wenn man mitten in einem Albtraum aufwächst. In dieser Geschichte geht es nicht so sehr um mich. Es geht vor allem um uns. Ja, liebe Hörer, Sie und ich. Wir Menschen mit all unserer Hässlichkeit, Schönheit und unserem Schmerz. Es geht um die Eigenheiten und gelegentlichen Fehler bei der Kindererziehung. Kinder, deren einziger Sinn es ist, zu leben, sobald sie geboren sind. Es gibt kein einziges Babybuch online oder im Laden, das beschreibt, wie man ein Monster großzieht. Ich kann Ihnen, den Eltern, versichern, dass sie keine Anleitung brauchen, keine verdammten Anweisungen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich genieße ein wundervolles Leben, besonders jetzt, wo ich seit etwas mehr als einem Jahrzehnt allein lebe. Papa und Mama sind seit elf Jahren wieder in Norditalien. Sie werden wiederkommen, keine Sorge. In vielerlei Hinsicht waren sie nie wirklich weg. Sie sind wie Schatten, die verborgen bleiben, aber um Mitternacht. Wenn ich sage, dass sie nicht wirklich weg sind, dann meine ich damit, dass es in diesem heruntergekommenen Haus nur wenige Orte gibt, an denen sie nicht existieren. Und draußen sind sie auch da. Papa ist dem tropfenden Wasserhahn, den er nicht reparieren konnte. Also arrangiere ich mich damit und warte. Er ist gleich neben ihrem Schlafzimmer im zweiten Stock. Jetzt, wo sie weg sind, schlafe ich in ihrem Queen-Size-Bett. Papa ist im verrückten Garten. Herrgott, der ist wahnsinnig produktiv. Die meisten von uns Italienern haben von Geburt an einen grünen Daumen. Er ist da keine Ausnahme. Verdammt, er hat genug Mist in den Dreck geschüttet, um den Hinterhof in ein Gewächshaus zu verwandeln. Der Boden kann nicht anders. Er ist reich und lehmig. Er ist bei den Tomatenpfählen, die er mit seinen Machete auf sechs Fuß Länge geschnitten hat. Die Pfähle sind rund und aus fünf Zentimeter dicken getrockneten Bambus. Er verwendet vier davon, um die Käfige aufzustellen. Käfige, die das schöne Grün und Rot der Pflanzen einschließen sollen. Papa stellt auch die Drahtkäfige her. Es scheint, als ob er alles außer dem Wasser selbst herstellt. Im Juli, wenn die Pflanzen angewachsen sind, verwendet er die Eisenzäune, um alle Tomaten mit billiger Arbeitskraft einzusperren, bis sie zum Reifen gezwungen werden. In der Hake steckt er verdammt fest. Papa steckt in dem verschwitzten Öl auf dem klebrigen Stiel. Er steckt auch in den fehlenden Hikorrisplittern, die in seinen schwierigen Handflächen gelandet sind. Ich kann ihn sogar in der Schaufel spüren, der quadratischen und der runden. Papas starke Hände sind da, die, die er mir um den Hals gelegt hatte. Die abgerundete Schaufel hat die Klinge eines Totengräbers, der schon die ein oder andere Ratte getötet hat. Sie fungiert als Guillotine und kann verwendet werden, um Napoleons Armeen schreiender Tomatenwürmer sowie jede herumschlängelnde Gartenschlange auszuschalten. Vater ist in der Speisekammer, sturer als jedes Gleichnis, das schwöre ich. Er ist in dem hässlichen grünen Holzschrank, dem Schrank, der an einer der Garagenwände angebaut ist. Er hatte ihn von den Vorbesitzern geerbt. Papa war dabei, als er mir die mit Brettern verkleideten Holztüren auf die niedrigen Finger schlug, nachdem er sie unachtsam unverschlossen gelassen hatte. Er war so leise wie ein Panther auf dem Einzelparkplatz. Er hatte die Regale verstärkt. Zusätzliche Unterstützung schadet nie, hatte er gesagt. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du da hochkletterst, knacke ich dir die Trommelfälle wie eine Walnussschale. In Brandy eingelegte Kirschen, dornige Brombeeren und betrunkene Rosinen, ein Behälter mit Lorbeerblättern, getrockneten Blättern, die breit genug sind, um ihren Schritt zu bedecken. Sie sind alle da drin, seine verdammte Speisekammer, Konservengläser mit Minestrone-Suppe, eingelegtes Wild mit Knochenbrühe, Brühe, die er verwendet hat, um Fleisch von den Rippen einer Katze zu kochen. Ich liebe Papa, ich kann nicht genug von ihm bekommen, obwohl er mir nie etwas beigebracht oder auch nur ein Fünschen Zuneigung gezeigt hat. Einmal hat er mich so heftig verprügelt. Er hat eine schmutzige Sommerfliegenklatsche benutzt. Die Kinder in der Schule haben mich über eine Woche lang geärgert. Sie haben mich wegen der plumpen Fliegengittertür an der Rückseite des Hauses Verandagesicht genannt. Ich würde es nicht wagen, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe ihn wirklich, Papa. Weit weg in Italien. Aber wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich ihn umbringen. Es ist wie der Domino-Effekt in Italien. Einer nach dem anderen brach sich die Cousine Adriana den Rücken. Sie hatte in ihrem geerbten Cottage mit zwei Schlafzimmern gelebt und sich um Nono und Nonna gekümmert. Der Winter in diesem Jahr war ein Mistkerl gewesen. Dieser wolkenverhangene Kumulo-Schurke wollte einfach nicht lockerlassen oder verschwinden. Die Stürme waren über die eiskalten aquanischen Berge gekommen wie ein ungebetener, von Frost angefrorener Dieselzug. Sie schnauften und keuchten mit ihren geschwollenen, blauen Gesichtern, als kämen sie geradewegs aus der Schweiz oder Österreich. Die hintere Veranda und die Stufen waren zugefroren. Bei der letzten atmosphärischen Störung hatte Adriana all die krätzige Wäsche vergessen, die sie am Morgen auf die Wäscheleine gehängt hatte. Als sie die hölzerne Wäsche klammernd daran befestigt hatte, schien die Sonne und krallte sich über den Horizont. Die Landschaft war gefroren, aber die zarten Sonnenstrahlen waren so trocken wie ein Kirschmäuschenpfurz. Sie hatte sie als Flaggen gesehen, alle Laken und Handtücher. Sie hatten parallel in die gleiche Richtung des Schneeregens geflattert. Wenn der Himmel nicht so windig gewesen wäre, hätte sie ihre ganze Starrheit vielleicht an Ort und Stelle eingefroren. Beide Füße waren unter ihrem kräftigen Körperumfang hervorgetreten. Sie versuchte, über die Veranda und eine kurze Treppe hinunter zu huschen. Adriana hatte das Knirschen schon einmal gehört, als sie frisches Brennholz für den gusseisernen Ofen des Häuschens hackte. Sie hatte sich dabei die Halswirbelsäule an drei Stellen gebrochen. Der Arzt hatte ihr Ruhe verordnet und gesagt, sie soll mindestens zwei Monate lang steif wie eine Leiche da liegen. Ich weiß nicht, wie zum Teufel sie das in Italien nennen, aber der Arzt hatte ihr auch eine Menge Benzodiazepine verabreicht, um ihre Stimmung aufzuhellen, sagte er. Adriana hatte geklungen, als wäre sie ein glücklicher Zombie. Sie hatte angefangen, ihre Worte zu lallen. Also rief sie die Nachbarin am anderen Ende der Leitung. Diese Nachbarin, Aurelia, war eine der wenigen im Dorf, die gebrochenes Englisch konnten. Adriana hatte die ganze Nachbarschaft mit ihrem hohen Anspruch und ihrer Melodramatik aufgewühlt, höchstwahrscheinlich, weil sie high war. Kurz darauf kündigte Ariella, die hilfsbereite Nachbarin. Sie hatte genug davon, Ariana zu stillen, für Nonno und Nonna zu kochen und sie zu füttern. Als sie das Coutage zum letzten Mal verließ, rief sie auf Italienisch, ich lasse mich nicht als verrückte Fingerpuppe benutzen. Damit war die Reise von Mutter und Vater beschlossene Sache. Als Mutter und Vater das alles hörten, nahmen sie den ersten internationalen Flug von San Francisco nach Mailand. Caravaggio in Italien ist offenbar ein zweites Hotel Kalifornien und wie der Hit der Eagles, wer einmal dort ist, kann nie wieder weg. Bei Gott, Nonno und Nonna würde nichts passieren. Meine Eltern hatten zu viel investiert, nicht zuletzt die guten 30 Dollar, die sie jeden Monat nach Italien schickten. Ich bin sicher, dass ihr Weggang nichts mit einem zukünftigen Erbe zu tun hatte. Zurück im Haus. Obwohl Mama in Italien ist, hat sie das Haus nie wirklich verlassen. Sie isst in der Pastasauce, die sie mir beigebracht hat. Jede Menge frischen Knoblauch, eine Prise brauner Zucker, ein Teelöffel Essig, frisches Basilikum, Papas rostige Tomaten und ihre Geheimwaffe, italienische Hackwurst mit Fenchel. In der grünen Speisekammer stehen genug Gläser mit Mamas Pastasauce, um eine venezianische Gondel zu fütteln. Ich hätte es fast vergessen, etwa eine halbe Tasse gelb-braunen Portwein hineinzufügen. Keinen Kochwein. In Norditalien läuft das bei uns so. Sie hatte ihre berauschende Nudelsauce und Nudeln verwendet, um Papa dick und unbehaglich zu machen. Zu unbehaglich für ausgefallenen Sex. Mama war der Gourmetglanz in der zerkratzten Porzellanspüle. Ich bin unordentlich. Sie hat den Küchenboden so sauber gemacht, dass man davon hätte essen können, hat den Teppich vor dem Großbildfernseher gesaugt und Ratspuren hinterlassen, die perfekt gefurscht, zwanghaften Maisreihen ähnelten, wahrer als alle in Kansas. Auf dem Couchtisch habe ich stapelt Schmutzinggeschirrs. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen und jetzt benutze ich die Geschirrspülmaschine, um meine ganze Kleidung zu waschen. Ich hätte es fast vergessen. Mama ist in der Badewanne im Abfluss und aus den Abwasserrohren heraus und schwimmt zur Hauptleitung. Alles, was sie je getan hat, ist da draußen. Ich hoffe, die Hexe bleibt in Italien und kommt nie wieder nach Hause. Mama ist eine Sparerin. Sie ist ein Geizhals. Sie hatte Kleingeld gehochtet, hauptsächlich die übrig gebliebenen 10-Cent-Stücke, die sie in Papas weggeworfenem Whisky und Cognac Toro Gordo durchsichtige Röhrschen stecken konnte. Die ekligen Zigarren verließen seinen Mund nie. Jedes Röhrschen war begabt darin, die ihm zugewiesenen 10-Cent-Stücke aufzubewahren. Jedes 10-Cent-Stück saß fest an seinem Platz. 10-Cent-Stücke waren eng, schienen sich an ihren Platz zu zwängen. Denn jedes 10-Cent-Stück war ein Narr. Sollten Sie auch nur daran denken, die verschachtelte Zuneigung zu verlassen. Ich habe jeden Einzelnen dieser Mistkerle mit Merkur-Kopf ausgegeben. Diese gefälschten 10-Cent-Stücke von Präsident Franklin D. Roosevelt in God We Trust. Geld ist böse. Es muss bestraft werden. Ich habe sie alle im Thunder Valley Casino nördlich von Sacramento verschenkt. Es hat viel Alkohol, Wut und Zeit gekostet, die 48 Tuben mit den gestohlenen 10-Cent-Stücken auszugeben. Verlieren hatten sich noch nie so gut angefühlt. Als ich am Samstagmorgen um 3 Uhr zurückkam, hatte ich den Großteil des Wochenendes verschlafen, nachdem ich mich in einem All-You-Can-Eat-Buffet vollgestopft hatte. Einmachen. Wegen Covid und allem und weil Mamas Küche in Italien ist, habe ich mit dem Einmachen angefangen. Einmachen ist in meiner Generation extrem beliebt geworden. Ich gehöre zur Generation der Millennials. Es ist ein sicherer, effektiver und einfacher Prozess und dazu noch wahnsinnig günstig. Meine Mutter hat mich günstig gemacht, billig genug, um mich wegzuwerfen, wenn sie damit durchgekommen wäre. Sie hat mich Papa gegeben, in der Erwartung, dass er mich aufbrauchen würde. Ich hasse sie mit all ihren väterlichen Verschwörungen so sehr wie die Sünde. Die Menschen können die Vorteile der Konservierung nutzen, um so ziemlich alles zu konservieren. Obst, Pfirsiche, Pflaumen, dornige und blutige Brombeeren, die in der sengenden Sonne am Yuba River gepflückt wurden. Gemüse, Suppen, Soßen und Fleisch und verdammt nochmal alle Arten von Proteinen. Ende des 18. Jahrhunderts beauftragte Napoleon Bonaparte ein verrücktes Kriegsgenie eine regionale Suche nach einer besseren Methode zur Konservierung von Lebensmitteln. Er war überzeugt, dass eine Armee auf ihrem Magen marschierte. Er suchte nach einer kostengünstigeren und effizienteren Methode, seine Armee zu ernähren. Er wollte die Lebensmittel länger haltbar machen und seine Armeen nahrhafter Nahrung und Fleisch geben, um die Stärke zu stärken. Ihre Stärke war es, die es den Truppen ermöglichte, in allen Schlachten mehr Blut zu vergießen. Und so bot Napoleon jedem eine üppige Belohnung, der eine bessere Methode finden konnte, um große Mengen an Lebensmittel mit langer Haltbarkeit zu konservieren, obwohl die meisten von Napoleons Soldaten nur ein begrenztes Verfallsdatum hatten. Ein Genie namens Nicolas Appert hatte den Preis gewonnen, obwohl es bis 1810 dauerte, bis er seine Entdeckung perfektionierte. Aber wie bei den meisten bewährten Erfindungen für das Militär dauerte es etwa 50 Jahre, bis die Methodik und das Know-how in der Durchschnittsfamilie gelangte. Man denke an Ronald Reagans Star Wars. Im Jahre 1858 hatte dieser brillante, zylindrig geformte Mann Jones Manson, das legendäre, wiederverwendbare Manson-Jair erfunden. Das Manson-Jair ist auch heute noch der Goldstandard für Konserven. Das Beste, was Mama mir von ihrem Tode beigebracht hat, war das Einmachen. Zumindest dafür danke ich ihr und werde ihr für den Rest meines Lebens dankbar sein. Der Nachschub Ein, Ein-Koch-Kessel oder ein großer, tiefer Kochtopf mit Deckel und Rost. Zweitens, Einmachgläser, Deckel und Bänder. Immer mit neuen Deckeln beginnen. Drittens, übliche Küchenutensilien wie Holzlöffel, Schopfkelle und Schälmesser. Viertens, hochwertige Zutaten, frisches Obst und Gemüse. Fünftens, der Glasheber. Sechstens, Einmachtrichter für zu Hause. Siebtens, Blasenfreier und Headspace-Tool. Ich gebe zu, das Einmachen ist zu einer Obsession geworden. Es ist mehr als eine Minute her, nun ja, über zehn Jahre, seit Papa und Mama nach Italien aufgebrochen sind. Ich muss vielleicht flüstern, aber ich glaube, ich bin ein besserer Einmacher als meine vermisste Mama. Sie haben richtig gehört, Mama ist in Italien verschwunden. Sie wird immer noch vermisst. Wenn ich ein bisschen sachlich klinge, dann um Himmels Willen, das bin ich. Ich vermisse sie kein bisschen. Verdammt, sie ist überall, wo ich in diesem zweistöckigen, auseinanderfallenden Schindelhaus hingehe. Kommen wir zum Einmachen. Ich habe keine Zeit für schrecklich lange Geschichten. Ihr Schlampen, ich bin der RuPaul André Charles des Einmachens. Ich habe das Einmachen drauf. Über die Jahre habe ich diese Kunst perfektioniert. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist eine Kunst. Gedrungene Deckel für Einmachgläser aus Edelstahl, die sich in wunderschöne, glänzenden Reihen in Papas Garagenvorratskammer stapeln. Hohe, lange Einmachgläser, das Glas voller Pfirsiche, deren Schale sich ablöst. Ist das Wort Ablösen nicht toll? Ich esse die saftigen Pfirsiche mit der Schale zuerst. Ich habe Kidneybohnen konserviert und Averginen eingemacht, die Art, die dem Emoji-Penis ähnelt. Ich habe Oliven eingemacht, so dunkel wie Schakalaugen mit roten Pimentos als Pupillen. Grünfingrigen Spargel, manche so dick wie der Daumen eines Hafenarbeiters, der Rest so lang wie ihr Mittelfinger. Ich habe sie alle eingelagert. Ich schätze, die Konserven in Papas grünem Schrank sollten mindestens fünf verdammte Jahre halten. Überlegen Sie mal, keine Lebensmittel einkaufen zu müssen. All die Pestmasken, all die Keime, die verkleideten Menschen. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe für den Staat Kalifornien in der IT gearbeitet. Mein Arbeitgeber war das Department of Corrections and Rehabilitations. Die letzten 20 Jahre, also lange Zeit, hat es gut gepasst. Aber nach all den Abmahnungen, Suspendierungen und Disziplimarnasnahmen habe ich dem Gouverneur des goldenen Staates Kalifornien gesagt, er soll sich seinen Job in seinem Department in Controller in den Arsch stecken. Ich hatte genug. Die Gespräche hinter meinen Rücken und die Hänseleien dauerten schon Monate an. Man warf mir sexuelle Belästigung, mangelnde Geschlechtssensibilität und mangelnde Hygiene vor. Es wurde nie offiziell niedergeschrieben, aber mein direkter Vorgesetzter hatte mich ebenfalls übermäßiger Blähungen beschuldigt. Er sagte, ich erspare ihnen die ganze Peinlichkeit, indem ich es nicht aktenkundig mache. Sie nahmen an, dass Vater einfach im Wald verschwunden war. Er war nach Mamas Verschwinden viel gewandert. Nun, er war auch verschwunden. Es war Anfang Februar, ähm, es hätte vielleicht geschneit. Die Wälder von Aquan waren tief und dunkel, der ganze Blödsinn eben. Stellen sie sich mich als den Mann mit dem roten Hefter im Erfolgsfirmen Office Space vor. Ich saß in einer Ecke neben einer schmuddeligen Wand am Ende einer langen Reihe von Arbeitskabinen. Man machte sich die ganze Zeit über mich lustig. Da war Essensrest auf meinem Hemd, das ich mindestens einmal im Monat gewaschen hatte. Der Clip an meinen Hosenträgern war kaputt. Mein Haar war mit Olivenöl eingeölt. Eine ganze Litanei von Beschwerden. Sie sagten, er ist ein Schwein, isst sein Essen größtenteils aus Gläsern und furzt wie ein Bulle in einem chinesischen Softwareladen. Er bringt jeden verdammten Softwareanwendung und jedes Microsoft Excel Tabellenkonto, das er berührt, durcheinander und zerstört sie. Er kann schlampig rechnen. Bei ihm geht alles nicht auf. Fick dich, schrie ich, als Kevin den jährlichen IT-Preis gewann. Ich wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich habe die Gegensprechanlage im dritten Stock benutzt. Jenes Mädchen namens Nancy hatte mich angezeigt, weil ich zu Halloween echte Schweineohren trug. Ich fand das angemessen. Ich benutzte Gummibänder und Klettverschluss und ließ sie trocknen. Fick dich, schrie ich, als sie mir sagten, wer sich beschwert hatte. Fickt euch alle, Nancy, sagte ich. Ihr Schlampen werdet in einem Einmachglas von Mason enden. Ich wurde gleich am nächsten Tag gefeuert. Die begleiteten mich mit dem ganzen Block hinunter zur Bushaltestelle. Okay, ich habe das Gefühl, dass sie sich auch über mich lustig machen. persönlich und ich habe so viel von mir preis gegeben. Ich weiß, sie halten mich für verrückt, liebe Hörer. Sie können mich nicht täuschen. Bilden sie sich nichts ein, sie Besserwisser. Sie glauben, ich hätte meine Mutter und meinen Vater umgebracht und sie erschüttert. Nein und nein und verdammt nein. Ich bin in Papas Garage. Er wird nichts dagegen haben. Ich benutze seinen Werkbank Schraubstock. Grand Nuno hatte dort in Italien auch eine Werkbank. Er hatte sie benutzt, um all seine Schlacht Werkzeuge und seine Weizensensen zu schärfen. Grand Nuno und ich waren immer gut miteinander ausgekommen. Ich liebte ihn. Er ist derjenige, der mir beigebracht hat, warum die Schafe in den Voralpen zwei bergabwärts gerichtete Beine haben, die kürzer sind als die kaufen. Papa hat alles Große gemacht, einschließlich der Installation eines handelsüblichen Schraubstocks für Werkbänke. Sein Schraubstock ist industriell rot und glänzt wie Glas. Ich ziehe ihn fest, immer fester. Papa entgegnet nie etwas. Er hielt mich fest, zwei Knie auf meinem Rücken, beide Hände in meinen langen, pissigen Haaren. Ich würde nie wieder ins Bett machen. Als ich älter wurde, tat er dies, aber aus anderen Gründen. Ich drehe die Kurbel. Der Schraubstock ist fest an seinem Platz. Ich beobachte, wie sich die beweglichen Backen in Richtung der festen Backen bewegen. Die Hauptschrauben scheinen sich zu verlängern, während der Schraubstock fester zupackt. Ein Paradoxon des Lebens. Ich kurbele und kurbele, bis Papas doppelläufige Schrot finde, fest an ihrem Platz sitzt. Ich säge und säge mit der Metallsäge. Während der Sturm die Dachsparren erschüttert, spiele ich Papas Lieblings-CD auf seinem billigen Vintage-Player vom Flohmarkt. Wie sehr er Brahms-Musik liebte, besonders die klassischen Schlaflieder, die von all den memfistianischen Erinnerungen durchstrungen waren, die sie hervorriefen. Er liebte die ängstliche Melodie, all die nervösen Klaviertasten, das Weißrauschen, das meine seine Dämonen in Schach hielt. Das zweite Klavierkonzert war sein Lieblingskonzert mit seiner Ansammlung von Stradivari-Geigen, die ihre Hyalinen-Flügel ausschlagen. Wie sehr erinnert er mich an die Zeit, als ich den Schmetterlingen die Flügel ausriss, wann immer der Schmerz sich ins Licht schlich und nach Rache witterte. Der größte Teil des stahlen Stahlfasses fällt auf den Boden. Was vom Fass übrig ist, schleife ich immer weiter, bis es sich glatt anfühlt. Es erwärmt sich nie, es bleibt kalt. Ich schalte den Fernseher im Wohnzimmer ein. Es dauert eine Weile, bis ich den Kanal gefunden habe, auf dem nur weißes Rauschen zu hören ist. Neben mir steht auf dem provisorischen Beistelltisch ein Einmachglas. Es ist bis zum Rand mit eingelegter Schweinefußbrühe gefüllt, die hauptsächlich aus bitterem Essig besteht. Ich halte das Glas in meiner verschwitzten Handfläche. Ich schwenke die Augen des Hundes im Uhrzeigersinn. Ich stelle das vakuum verpackte Glas zurück auf den Kartentisch neben der Couch. Die vom Alter gebräunten Augen der Schafe drehen und wirbeln in kreisenden Blickbewegungen, ohne dass sie durch irgendwelche lästigen Sehnerven oder auch nur den Anschein von Realität länger mit ihrem Gehirn verbunden wären. Ich nehme das Glas wieder in die Hand. Ich starre zurück und lasse die Augen des Wolfes gegen den Uhrzeigersinn kreisen. Ich lächle. Ich stelle den Wirbelsturm aus Täuschung und Verschwörung wieder auf den Tisch. Jetzt kann ich meinen Zeigefinger am Abzug benutzen. Der Lauf der Schrotflinte ist jetzt viel kürzer. Meine Zehen zu benutzen war unrealistisch, da ich nach meiner Entlassung so viel zugenommen habe. Entlassen, was für ein hartes Wort, nicht wahr? Durch all das nahrhafte Dosenprotein bin ich zu keinem einzigen kleinen Engel geworden. Meine zwei pummeligen Zehen würden mich auf keinen Fall in den Wahnsinn treiben. Liebe Hörer, wenn Sie es bis hierher geschafft haben, tut es mir wirklich leid. Sie müssen jetzt auf der Couch sitzen, mir direkt gegenüber und zuschauen. Du wirst Gesellschaft haben. Sie beobachten mich auch. Die wilden Augen sind Strotoskop Lichter, ein grauenhaftes Karussell der Sicht, der Mistkerl, sie drehen sich im Kreis. Der Raum wird schwarz, der Fernseher spritzt. Du kennst mittlerweile die meisten Räume im Haus. Nachdem du dir die Seele aus dem Leib gekotzt hast, rennst du zur undichten Dusche im Hauptbad. Das kochend heiße Wasser kann deine blutige Haut nicht schnell genug abreiben. Scheiß auf den Tadort, schreist du aus vollem Hals an die Decke. Du denkst darüber nach, wie deine schöne Welt sich gerade in die Hose geschossen hat. Du verlässt die Dusche. Der Raum hat sich in dein Spa in einer Psychiatrie verwandelt. Alles ist ein einziger Dampf. Du spritzt dir über dem Waschbecken vor dem riesigen Spiegel Eiswasser ins Gesicht. Du auf dem Glas. Direkt hinter ihnen, im Spiegel, befindet sich ihre neue Realität. Sie können sich jetzt deutlich sehen. Sie steht blutend und breitschultrig da. Irgendwie halten die muskulösen Schultern eine zerbrochene Marmorschale mit Kirschen hoch. Die blutigen Kirschen quellen über den Rand der Schale. Nachdem sie festgestellt haben, dass die zerbrochene Schüssel das ist, was vor meinem Schädel übrig ist, lasse ich sie das eisige Faß auf ihrer Haut spüren, direkt hinter ihrem pochenden Herzen. Jetzt, verdammter Sohn, gehen wirklich die Lichter aus. Sch 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 Untertitelung des ZDF, 2020